Hallo, es ist Regen angesagt, also ideales Wetter für die Präsentation einer Regenjacke. Diese Regenjacke hat ungefähr die Höhe von zwei aufeinandergestellten Getränkedosen und diese zusammengerollte Regenjacke hat ungefähr den Durchmesser einer Getränkedose. Nun würde ich sagen, am besten ich ziehe die Regenjacke mal an, dann sehen Sie, wie die mir steht. Okay, gut. So sieht die Jacke aus, wenn man sie im Verkehr herum anzieht. Die Jacke hat übrigens eine Membrane, eine atmungsaktive Membrane. Diese verhindert, dass das Wasser eintreten kann, erlaubt aber dem Schwitzwasser, dass das Schwitzwasser nach außen transportiert werden kann. In dieser mit einem Kletzverschluss verschliessbaren Innentasche haben Sie Platz für die Brieftasche, für ein Handy und zum Beispiel auch Schlüssel. Praktisch, eine Innentasche kann man immer gebrauchen. Ja und hier möchte ich Sie noch auf ein kleines, aber feines Detail hinweisen. Die Reissverschlüsse sind mit einem Plastikband abgedeckt. So sind die Innenräume gut geschützt gegen Wind und Wasser. Ja und nun lade ich Sie ein, kommen Sie mit mir hinaus in den Regen, genießen wir die leichte Regenjacke. Ja und hier möchte ich Sie mit einem Kletzverschlüssel. Ja, nach diesen Aufnahmen im Regen kann ich Ihnen diese leichte Regenjacke wirklich empfehlen. Ihr Markus Köperle von Supershop.ch. Und Tschüss!